Immer dann, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich, Björn Banane, bin am 25. September in Potsdam. Es gibt so viele Gründe, die mich rumtreiben, warum ich nicht auf der Couch einpennen kann. Ob es die Frühsexualisierung und die sexuelle Desorientierung unserer Kinder ist. Ob es die unsäglichen Corona-Lügen sind, die bis zum heutigen Tag immer noch nicht aufgearbeitet sind. Ob es die Kriegshetzerei und die Kriegspropaganda ist, die uns möglicherweise in den Dritten Weltkrieg führt. Das alles sind Sachen, denen ich mich entgegenstelle. Wenn du auch diese Erkenntnis gewonnen hast und für eine bessere Zeit einstehen möchtest, für eine bessere Gesellschaft, dann sei morgen in Potsdam. Die Adresse und Uhrzeit findest du hier unter diesem Beitrag. Bis Montag. Wir sind die Rote Linie. Du bist mein Sohn, mein Fleisch, mein Blut. Ich geb dir Halt, du gibst mir Mut. Wir lassen uns nie unterkriegen. Ich werde dich für immer lieben. 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 Ich werde dich für immer lieben.